24.08.2024 der Filwo ist in Niederzieher beim Montesophia. Alte Kilometerschilder und ein neues Ziel. Mit den geänderten Strecken hat sich offenbar auch der Zielpunkt um ein paar Meter verschoben. Noch eine Änderung. Die Tischtennisplatten sind weg. Jetzt ein bisschen spartanischer hier, aber das macht ja nichts. Ich dachte nur, man gibt es ja da. Noch sind die Kuchen vollzählig. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Pauli, wuuu! Pauli! Ever mit Temen! Super! 강! Gleich hast du! Gib Gas! Bis Gas! Super! Gleich ist er fertig, ich bin gar nicht mehr bei. Nur noch die Kurve und dann geht's vorne hin. Das war's für heute. Skalkt! Smalkt! Waaakuu! Waaakuu! Das kommt mich doch noch zu spät! Drei, zwei, eins! Sehr gut! Da sind sie unterwegs! Die 5,3 Kilometer der Großstadtrunde. Die Mission von der neuen Streckenführung. Da kommt man jetzt her. Und dann hier links herauf. Habt ihr Glück, dass ihr da nicht noch bis zur Rudelbahn müsst. Aber ab hier kommt dann der zweite Anstieg für den Montesofia. Montellino ist ja schon auf der Hälfte, wenn er hier auf die neue Streckenführung trifft. Hier verlässt man dann auf der neuen Montesofia Strecke den breiten Kiesweg und biegt in den lauschigen Haselmausweg ein. Da wird es ein bisschen urtümlicher. Aber ihr habt da schon 19 oder was in den Knochen. Da ist das Feld wohl so weit auseinander, dass da genug Platz sein sollte. Ausblick von der Rodelbahn. Das ist die zweite Rodelbahn, nicht die ihr bisher beim Monte gelaufen seid. Da oben ist die Kreuzung. Hier ändert sich jetzt was. Der Montesofia geht weiterhin rechts rauf. Aber man sieht auch schon an der massiven Anzahl hier von Schildern. Der Montellino geht hier jetzt geradeaus weiter. Die Schleife von anderthalb Kilometern ungefähr hier unten am Feld fällt ja weg. Stattdessen wird die Strecke hier in Richtung Haselmausweg verlängert. Hier an der ehemaligen Streckenteilung ändert sich für die Montesofia Läufer am Anfang gar nichts. Da geht es weiterhin links weiter. Die beiden neuen Strecken, die kommen jetzt beide hier runter und dann wieder auf der alten Route dort zurück. Das ist also nur noch eine Diagonalsperre. Keine Streckenteilung mehr. Die ist jetzt unten. So, jetzt kann ich mich an meinem neuen Posten orientieren. Montesofia geht nach wie vor hier geradeaus. Nachher kommend sowohl der Montesofia als auch der Montellino kommen nachher hier rauf auf dem Haselmausweg. Und dort weiter. Ist also eine direkte Kreuzung. Deswegen ist mein Posten auch mit Kreuzung beschrieben. Wunderbar. Dann schauen wir mal, wie wir unsere Kameras ausrichten. und wie ich euch am besten lenken kann. So sieht Kilometer 5 auf der neuen Montellino Strecke aus. Da haben wir einen Fall. Da haben wir einen Fall, der über den Weg hinüber zeigt. Und dann geradeaus dort hinein. Oh Stefan! Faz mal. Ich versuche jetzt zu cultural. Geradeaus, hier. Hier ist schon eine Kamera vorbei. Hey, Stefan. 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 Danke schön! Hallo. Jetzt füllen wir alleiner Foto, wo wir ihn kitzeln. Danke schön, das Bild ist verwackelt. Dann müssen wir mal zurück. Warte aus. Warte aus. Warte aus. Nein, du denkst. Super. Das hilft ja, klasse. Warte aus. 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 Geradeaus. Wir holen die Rennselbe wieder. Geradeaus. Geradeaus. Du zählst, du zählst. Geradeaus. 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 Ja. Danke dir. Zeit. Geradeaus. 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 ... ... ... ... ... ... Was? 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 Prima Gekucht Hallo Stefan Super, geradeaus Ich dachte, wir sind österreichisch zum TV Tue ich auch nicht Ich helfe trotzdem Hallo Prima Der Boogie, geradeaus, geradeaus, geradeaus Heute knippst du dich im Profil Prima Geradeaus Da rauf, da rauf Drei Höhenmeter habt ihr noch Prima 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 Na raus Prima Prima geradeaus Rightaus Prima Klima Radaus Heiß Heiß Na Ah ne Na 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 Laut Na Na Prima Prima Geradeaus 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 Drei Höhenmeter mehr Noch drei Geradeaus Geradeaus Prima Geradeaus 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 Gleich Ist nicht mehr weit Halber Kilometer oder so Geradeaus 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 Oder Geradeaus 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 Wunderbar Wunderbar Geradeaus Geradeaus Klasse 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 Weiters 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 Klasse Klasse Ein lächeln Ein lächeln im Gesicht Wunderbar Hier Auf gehts Auf gehts Auf Lockere Klasse Klasse Sehr schön Klasse Klasse Auf gehts Klasse Weiters 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 Klasse Weiters Klasse Weiters Klasse Weiters Klasse Wunderbar Klasse Klasse Prima. Hier rauf. Prima. Hier rauf. Prima. Prima. Hier, geradeaus. Noch drei Höhenmeter. Prima. Hier rauf. Prima. Prima. Hier rein. Super. Prima. Klasse. Hier rauf. Jawoll. Prima. Na, oder aus? Da sei er hergekommen. Lange ist es her. Prima. Hier rauf. Prima. 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 Klasse. Super. Prima. Klasse. Action. Super. Ja, ist warm heute. Leider. Hier raus. Prima. Super. Quasi geradeaus. Wunderbar. Jawohl. Klasse. Danke. Hier rauf. Dankeschön. Aber gerne. Super. Hier rauf. Ja, drei Höhenmeter habt ihr noch. Wie viel? Drei Höhenmeter schätze ich. Danke. Prima. Hier rauf. Super. Klasse. Super. Geradeaus. Geradeaus. Prima. Hohohoho. Super. Geradeaus. Klasse. Hier rauf. Geradeaus. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Hier rauf. Prima. Prima. Super. 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 Inherzten fünf, ne? Ja, da vorne ist 20. Danke. Das Auto ist nicht für dich. Leider. Ich dachte, ihr könnt da mitfahren. Knapp verpasst. Super. Jawohl, geradeaus. Sehr, sehr anstrengend. Bei mir denken, beeil dich, es wird kalt. Es sind doch so etwa drei Höhenmeter. Das reicht mir. Ich glaube, ja. Super. Hier rauf und den Trampelfahrt folgen. Schnell nach Hause, bevor es kalt wird. Nee, heute hatten wir temperaturmäßig ein bisschen Pech. Ausgerechnet der heiße Tag der Woche fällt auf dem Monte Sophia. Ja. 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 Ja.